Du hast doch was. Wo? Ne, andere Seite. Warte, ich mach schon. Mama, wieso sind die auf dem Hintergitter? Weil das alles Kriminelle sind. Echt? Was haben die denn gemacht? Das ist unterschiedlich. Der hat sein Zimmer nicht aufgeräumt. Der da hat sich zu Fasching als Mensch verkleidet. Der da hinten, der hat was ganz Großes mit Wirtschaftsbetrug steigen lassen. Und der Kleine da? Siehst du den? Das ist ein Mörder. Guck da nicht so hin. 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 Guck da nicht so hin.